Ich finde, es ist ein tolles Fest für Jung und Alt und man muss es ganz einfach gesehen haben und man muss ganz einfach hergehen. Die Nummer 1 in Wiesbaden. Man trifft immer neue Leute, Leute, die man kennt. Es ist eine nette Runde immer, man kann was trinken. Es ist eigentlich relativ entspannt und Wiesbaden, die Landeshauptstadt, immer toll hier. Wiesbaden Wiesbaden Ja, schauen Sie sich doch um. Nette Leute, super Musik, super Atmosphäre. Man kann was essen in Wiesbaden genießen und einen schönen Abend haben. Ich finde die Atmosphäre immer sehr schön und es ist einfach immer so ein gute Laune-Feeling und die Erdbeerbohle ist ja lecker.